Alles in Ihrem Leben hängt mit allem zusammen. Also was Sie gestern taten zum Beispiel, das beeinflusst Ihr Heute. Was Sie heute tun, das beeinflusst Ihr Morgen. Und was Sie im Beruf tun, das beeinflusst natürlich auch Ihr privates Glück und umgekehrt. Stellen Sie sich Ihr Leben also wie ein Schachspiel vor. Jeder Zug, den Sie jetzt gerade in dieser Sekunde tun, der beeinflusst das weitere Spiel und zwar positiv oder negativ. In jedem Fall hat er Folgen. Nichts ist bedeutungslos. Nichts geschieht nur nebenbei in Ihrem Leben. Mein Tipp, werden Sie achtsamer. Fragen Sie sich, wie die Dinge in Ihrem Leben miteinander verbunden sind, wie sie zusammenhängen. Zum Beispiel, wie wirkt sich mein Denken über mich selbst auf meinen Umgang mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner aus?